Ich hätte noch ein wichtiges Anliegen meinerseits. Ich spreche die Bauern an, ich spreche die Leute an, die die Lebensmittel herstellen. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie. Sie haben vielleicht nicht immer die Leute, weil das einfach auch ein Haufen Arbeit ist und man das einfach alles auch tun muss und man nicht immer wegspringen kann bei gewissen arbeiten, aber fragt, wenn ihr Fragen habt, dann fragt, und zwar fragt da, wo ihr es einkauft, dann wisst ihr, wie sie es machen und dann wisst ihr euch auch, was da ist. Und glaubt immer alles, was in irgendwelchen Medien steht, es stimmt nicht immer alles, fragt einfach da diejenigen, die es betrifft. Das wäre so mein Wunsch an euch und ich freue mich für jeden, der kommt und fragt und es gibt keine dumme Frage. Vielen Dank, ich wünsche euch viel Spaß beim Einkaufen.